Willkommen zurück Leute zu einem neuen Video auf dem KryptoAge-Kanal. Ich kann es selbst fast nicht glauben, nach fast einem Monat täglichen Streams mal wieder ein Video. Dementsprechend auf jeden Fall mal ein Abo auf den Kanal da lassen und die Glocke aktivieren, denn wir werden weiterhin fast täglich streamen und dementsprechend solltet ihr das nicht verpassen. Heute im Video wollen wir uns auf jeden Fall nochmal die Exchange-Daten anschauen. Die sind nämlich sehr, sehr interessant. Darüber hinaus natürlich wie immer die Bitcoin-Spotty-TF-Infloss-Liquidation-Heatmap. Dann haben wir noch eine interessante On-Chain-Date und zum Schluss gibt es eine ausführliche Chart-Analyse. Und in diesem Sinne würde ich sagen, gerne mal ein Like da lassen auf dem Video, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, vor allem wenn ihr die nächsten Livestreams nicht verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein ins Video. Als erstes wollen wir uns hier mal die Exchange-Daten anschauen und diese sind sehr interessant, denn wir haben das erste Mal das, worüber ich auch in den letzten Streams gesprochen habe, gesehen. Und zwar das erste Mal seit wirklich einer ewigen Zeit hatten wir mal wieder einen riesigen Wipeout beim Open Interest. Open Interest ist ziemlich genau eine Milliarde US-Dollar gefallen von ungefähr 21,5 Milliarden auf zwischenzeitlich 20 Milliarden. Jetzt sind wir hier wieder bei 20,3 Milliarden, ist aber auf jeden Fall schon sehr krass abgefallen. Zeitgleich muss man aber natürlich trotzdem sagen, dass ebenfalls der CVD-Spot abgefallen ist und auch die Funding-Rate gesunken ist. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall nochmal eine schöne Korrektur gesehen. Und es ist ein bisschen die Frage, ob es tatsächlich jetzt dieser endgültige Move war, den wir sehen mussten. Wir haben nochmal ein bisschen Rausspülung, ein bisschen Wipeout beim Open Interest gesehen. Meines Erachtens immer noch ein bisschen zu wenig, aber zumindest mal etwas, sage ich jetzt mal. Dementsprechend ist jetzt ein bisschen die Frage, ob das tatsächlich die Korrektur war und wir weiter nach oben pumpen können mit dem Bitcoin-Chart. Das wollen wir uns natürlich gleich nochmal in der Chartanalyse genauer anschauen. Als nächstes haben wir hier bei den Spot-ETF-Inflows nochmal sehr starke Inflows gehabt, tatsächlich am Freitag. Obwohl der Freitag ja zwischenzeitlich ein sehr volatiler Tag war, beziehungsweise auch einen einigermaßen negativen Daily Close hatte. Schauen wir uns aber gleich auch so oder so nochmal in der Chartanalyse an. Ich wollte nur anmerken, wir hatten nochmal 400 Millionen US-Dollar Inflows. Und damit können wir erkennen, dass unsere sehr starke, sehr kompakte und sehr voluminöse Streak an Inflows hier auf jeden Fall anhält. Wir hatten jetzt jeden Tag eigentlich 180 Millionen US-Dollar oder mehr Inflows. Ich meine, 180 Millionen war das niedrigste, genau hier 190 Millionen. Einen Tag hatten wir Outflows, aber sonst hatten wir von den letzten 11 Tagen 10 Tage Inflows und der niedrigste war 180 Millionen. Und das brauchen wir. Man sieht auch, diese Phase ist voluminös, sehr viel kompakter als, ich sage jetzt mal, die letzten zwei Monate davor. Klar, wir hatten hier immer mal so Phasen, wo wir auch wieder höhere Inflows hatten. Aber jetzt sind die Inflows schon wieder sehr stark auf einmal konzentriert und das Ganze auch nochmal ziemlich viel höher, als wir es vorher in diesen Phasen gesehen haben. Auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen für den Bitcoin-Kurs. Liquidation Heatmap technisch können wir erkennen, haben wir hier erstmal alles gegrabt nach unten. Das haben wir auch gestern im Stream gesagt. Ich glaube, im Stream haben wir uns hier befunden, ungefähr 67,600, 67,400 US-Dollar ungefähr. Und danach sind wir hier nach unten gefallen, haben noch, wie im Stream angekündigt, die Liquidity hier gegrabt im Bereich von 67,100 bis 66,900 US-Dollar. Die nächst tiefere liegende Liquiditätshebel haben wir jetzt bei 65,000 US-Dollar. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es dort nochmal einen WIG hingibt, beziehungsweise wir vielleicht sogar einen Daily Close bei den 65,000 US-Dollar sehen. Auch das wollen wir uns aber gleich nochmal genauer im Chart anschauen, warum das Ganze passieren könnte. Als letztes haben wir nochmal eine echt interessante On-Chain-Date, finde ich zumindest. Und zwar das Coinbase Bitcoin Premium. Und zwar geht es hier darum, dass Coinbase Bitcoin Premium oder Coinbase Bitcoin Premium Index sagt den prozentualen Unterschied an zwischen Coinbase, also dem Coinbase Bitcoin Pair und dem Binance Bitcoin Trading Pair. Und das zeigt so ein bisschen, Coinbase ist ein Markt für sehr US-lastige Investoren. Das bedeutet beispielsweise, die Institutionellen werden ja über Coinbase abgewickelt. Aber ich glaube, das ist da gar nicht mit drin. Jedoch haben wir einfach über Coinbase Pro sehr viele US-Investoren, während Binance eher so den gesamten Markt, der gesamten Welt widerspiegelt. Das bedeutet, wir haben, wenn das Ganze fällt oder steigt, eine Differenz dementsprechend halt hier in diesem Fall sehr stark gefallen. Also haben wir einen sehr starken Abverkauf von US-Investoren gesehen, der auf Bitcoin natürlich dann auch dementsprechend die Auswirkungen hatte. Haben wir gestern gesehen, fand ich auch interessant, vor allem war auch mal das Höchste hier wieder auf einen gewissen Zeitraum. Das hier ist jetzt seit 15. September, also ungefähr etwas mehr als einen Monat. Das letzte Mal war das hier der Fall, wo wir hier eben stark abgefallen sind von dem letzten zwischenzeitlichen Top auf zwischenzeitlich dann die 59.000 US-Dollar. Da war das auch recht hoch, eben auch durch institutionelle Investoren in den USA bzw. US-Investoren diesen Outflow gesehen und jetzt eben wieder. Fand ich auch ganz interessant, vor allem weil wir jetzt kurz vor den US-Wahlen stehen und diese sicher noch mal einiges an Volumen und einiges an Liquidität in den Bitcoin-Kurs bringen werden. In diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir nochmal vor in die Chart-Analyse und schauen uns an, was es da so Interessantes gibt. In den Charts hier mal etwas größer zusammenfassend für vielleicht auch die Leute, die eher nicht die Livestreams gucken und nur die Videos schauen, haben wir ja hier unsere riesige Bull-Flag, die jetzt nach oben ausgebrochen ist. Wir wurden erstmal hier rejected, diese Zone habe ich schon sehr lange eingezeichnet und zwar von dem höchsten Weekly-Close vorher bis zu dem höchsten Weekly-Wig vorher. Und da wurden wir ziemlich genau rejected bzw. hatten auch die Kehrtwende, aber wir wurden jetzt natürlich auch wieder schön bei den 65.000 US-Dollar aufgekauft bei der oberen Trendlinie von unserer Bull-Flag und sind hier jetzt so ein bisschen auf der Mitte. Ich würde trotzdem sagen, dass dieser Weekly-Close alles in einem Bullish aussieht. Wir hatten natürlich hier auch wieder einen enormen Aufkauf bzw. einen enormen Pump bei Bitcoin von mehr oder weniger 59.000 US-Dollar auf 69.000 US-Dollar und da ist so eine Gegenbewegung sehr gesund. Und solange wir hier über dieser Trendlinie bleiben, finde ich das auf jeden Fall sehr gut. Optimal wäre es natürlich, wenn wir auch über dieser Trendlinie bleiben. Diese ist nämlich einfach verbunden mit diesen ganzen Weekly-Wigs hier, da waren wir auch drüber, wurden aber jetzt erst nochmal drunter abverkauft. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass wir weekly-technisch in diesem Bereich konsolidieren und früher oder später wieder nach oben hin ausbrechen werden. Was wir ebenfalls auf dem Weekly erkennen können, was wir jetzt seit langer Zeit nicht mehr hatten und was hier auch wieder für eine Trendwende sprechen könnte, ist, wir hatten jetzt seit langer Zeit hier endlich mal ein Bullisches Cross auf dem MACD. Kann man hier sehr schön erkennen, das bedeutet, diese bearische Phase hier liegt jetzt eigentlich hinter uns und es könnte die nächste Bullische Phase starten. Klar, das hatten wir hier auch teilweise schon mal vorher, wo das geturnt ist und ist dann noch so ein bisschen seitwärts gegangen, kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass bald auch wieder mal ein gutes Ereignis kommt, was Bitcoin dann weiter nach oben treiben könnte. Und dementsprechend hier der Indikator natürlich auf dem Weekly Chart nicht so aussagekräftig, jedoch wollte ich es trotzdem mal erwähnt haben, dass wir eben das Bullische Cross gesehen haben. Wenn wir jetzt vorgehen auf den Day Chart, können wir auch hier erkennen, hatten wir ja den Retest von den 65.000 US Journal, der sehr schön wieder aufgekauft ist. Dann sind wir am Tag danach auch nochmal schön nach oben gestiegen mit über 2%. Und dann hatten wir etwas, was ich persönlich ein sehr kritisches Ereignis finde. Und zwar, wir wurden direkt am Tag danach wieder genau auf das gleiche Level abverkauft. Und das finde ich eigentlich immer ein bisschen kritisch, beziehungsweise spricht für mich eher für einen negativen Move. Denn wir hatten zum einen ein Lower Low hier eben mit dem Day Chart und zum anderen wurde halt eben die positive Aufwärtswirkung vom Tag vorher direkt wieder zunichte gemacht. Und das ist für mich eigentlich nicht so ein guter Indikator, vor allem, weil wir jetzt hier sehr starkes Seitwärtsmovement, sehr starken Support momentan hier ziemlich genau bei den 66.600 haben. Und wenn wir da drunter fallen, könnte ich mir eben sehr gut vorstellen, dass wir in nächster Zeit nochmal einen Daily Close wirklich hier bei 65 sehen und vielleicht sogar nochmal einen Wig, der ein Stückchen weiter nach unten geht in Richtung 64.000 bis 63.000 US Dollar. Wenn wir jetzt nochmal vorgehen auf den 4-Stunden-Chart, können wir auf dem 4-Stunden-Chart erkennen, haben wir hier so eine Art Symmetrical Triangle. Die untere Linie, muss man ganz klar sagen, ist noch nicht so bestätigt, denn wir haben hier bis jetzt erst zwei Touchpoints. Vielleicht sehen wir den dritten Touchpoint aber noch heute, weil die 4-Stunden-Kerze wird gerade etwas abverkauft. Aber die obere Linie ist definitiv mit drei Touchpoints hier valide und somit gesehen könnte es auf jeden Fall sein, man könnte die ja auch noch ein Stückchen anpassen auf die Tops. So wäre das wahrscheinlich ein bisschen besser eingezeichnet, aber gerade mit dem Double Top, was wir hier gesehen haben, könnte ich mir eben sehr gut vorstellen, dass wir hier eventuell sogar nach unten ausbrechen, obwohl das ja eher ein Continuation Pattern nach oben wäre. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, wie gesagt, dass wir nach unten ausbrechen, weil dieser Reject hier mit dem doppelten Breakout-Versuch über das 0.786er FIP-Level eben gescheitert ist. Das ist natürlich kritisch, sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten. Wir haben ja auch hier, wie gesagt, den wichtigen Support bei 66.600 US-Dollar auf dem Daily Chart, wo wir eben hier die Day-Kerzen hatten, hier den Day-Close hatten, glaube ich, und hier dann nochmal den Day-Close hatten. Also ist momentan einfach ein sehr relevanter Bereich. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das Ganze nochmal nach unten ausbricht und wir hier nochmal in den Bereich von 65.000 US-Dollar mit dem Day-Chart fallen. Das aber natürlich nur temporär gesehen, also nur auf die kurze Frist. Ich könnte mir trotzdem gut vorstellen, dass wir auf mittlere Frist schon hier das Breakout nach oben sehen und jetzt auch nach oben weitergehen. Wir werden nur nochmal, denke ich, einen wirklichen Retest von 65 haben und dann dort eventuell einen richtigen Boden bilden mit einem Daily-Close und dann weiter nach oben ausbrechen. Wenn wir jetzt nochmal auf den Stundenchart gehen, kann man auf dem Stundenchart auch nochmal sehr schön das Double-Top erkennen. Haben wir auch bei uns im Discord gecallt. Dementsprechend, falls ihr Bock habt, live up-to-date zu sein, da posten wir eigentlich immer was rein, checkt mal den Discord ab. Auch ist der Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr einfach joinen, wenn ihr über unseren Levex-Link registriert seid, ist auch in der Videobeschreibung. Falls ihr eine Börse sucht, könnt ihr euch da noch einige Vorteile abholen und dort chatten wir eben, also auf Discord chatten wir eben ein bisschen mit der Community, antworten eigentlich recht schnell und tauschen uns auch aus. Und dort haben wir das auch gepostet, mehr oder weniger als Bitcoin gerade bei den 68.000 war, also genau vor dem Breakout dann nach unten. Und deshalb würde ich sagen, ist auf jeden Fall schon mal wert, da mal reinzuschauen. Und eben deshalb können wir erkennen, haben wir gerade natürlich typisch, wie am Wochenende, wieder extrem abfallendes Volumen. Sieht man hier ganz klar, das Volumen war hier deutlich höher und ist jetzt hier immer weiter abgefallen. Natürlich, wie gesagt, am Wochenende erkennt man das immer. Letztes Wochenende war das ähnlich der Fall. Und jetzt denke ich, wenn wir hier so ein bisschen seitwärts gehen, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir hier temporär dann heute hier bouncen, hier weiter eine Seitwärtsbewegung sehen und dann irgendwie im Bereich von Sonntag bis Montag wieder einen Move sehen. Wird dann wahrscheinlich entweder der Bounce hier nach oben sein, dann wird wahrscheinlich wieder die Zone vom 0618er für Level relevant, also ungefähr die 67.800, 67.900 US-Dollar oder wir werden hier nach unten ausbrechen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es erstmal Richtung 65.000 geht. Und in diesem Sinne, Leute, war es das noch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo in Morder. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns spätestens zum Content morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao.